In diesem Video geht es um die einfache Erstellung von Audiodateien mit dem Microsoft Sprachrekorder und automatischer Nachbearbeitung mit Auphonic. Windows 10 verfügt ebenfalls wie viele Smartphones über einen bereits vorinstallierten Sprachrekorder. Prüfen Sie zuerst unten rechts unter Mikrofoneinstellungen, ob der Sprachrekorder über die Berechtigung verfügt, auf das Mikrofon zuzugreifen. Im Anschluss klicken Sie auf das Mikrofonsymbol und starten die Aufnahme. Während der Aufnahme haben Sie die Möglichkeit, die Aufnahme zu pausieren und auch Markierungen zu setzen. Nach Beendigung der Aufnahme können Sie sich die Aufnahme anhören, können hier ebenfalls Markierungen setzen und die Aufnahme ein wenig zurechtschneiden bzw. trimmen. Hierfür höre ich mir die Audiodatei an und mache mir Markierungen von wo bis wo ich die Datei zurechtschneiden möchte. Im Anschluss kann ich mithilfe der Regler einstellen, welchen Bereich ich behalten möchte und was weggeschnitten werden kann. Nun können Sie die Datei speichern. Hierbei können Sie wählen, ob Sie die bestehende Datei ersetzen oder eine Kopie erstellen wollen. Unten rechts können Sie im Anschluss auf Dateispeicherort öffnen klicken und Sie gelangen in den entsprechenden Order im Dateimanager, wo die Aufnahme abgelegt wurde. Haben Sie eine Audiodatei aufgenommen und möchten im Nachhinein ein wenig die Audioqualität verbessern, kann ich Ihnen Auphonic empfehlen. Auphonic ist ein Webdienst, bei dem Sie Audiodateien hochladen können. Diese werden im Anschluss von Auphonic bearbeitet und können dann wieder herum heruntergeladen werden. Dieser Dienst wurde in erster Linie für Podcasterinnen und Podcaster entwickelt und eignet sich daher besonders für Sprachaufzeichnungen. Zunächst müssen Sie sich bei Auphonic mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann können Sie pro Monat 2 Stunden an Audiomaterial kostenfrei hochladen und bearbeiten lassen. Sollten Sie mehr als 2 Stunden Audiomaterial im Monat bearbeiten wollen, gibt es hierfür die Möglichkeit ein entsprechendes Abonnement abzuschließen. Um eine neue Produktion zu starten, klicken Sie auf New Production. Unter Select File können Sie nun die Datei auswählen, die Sie hochladen möchten. Da dieser Dienst für Podcast-Produktionen gedacht ist, können wir den Großteil der möglichen Einstellungen einfach ignorieren. Lediglich bei Output File müssen wir das gewünschte Audioformat und die Bitrate einstellen. Ich entscheide mich für das MP3-Format mit einer Bitrate von 320 Kbit pro Sekunde. Danach kann ich noch festlegen, wie die bearbeitete Audio-Datei heißen soll. Zuletzt wähle ich aus, was Auphonic mit der Audio-Datei machen soll. In der Regel kann man die Voreinstellungen einfach übernehmen. Ich setze hier noch ein Häkchen, damit Störgeräusche rausgefiltert werden. Nun klicke ich auf Start Production und nochmal auf Start Production. Nun wird die Audio-Datei hochgeladen und im Anschluss bearbeitet. Dies kann je nach Länge der Audio-Datei eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem die Datei hochgeladen wurde, kann ich das Browserfenster auch schließen. Auphonic benachrichtigt mich per E-Mail, wenn die Bearbeitungen abgeschlossen sind und ich die Datei runterladen kann. Sind die Bearbeitungen beendet, kann ich mir das Ergebnis anhören, mit der Original-Datei vergleichen und das Ergebnis herunterladen. Mit Hilfe eines vorinstallierten Sprachrecorders, wie der von Microsoft, kann ich sehr einfach Audio-Dateien aufnehmen und ein wenig zurechtschneiden. Möchte ich im Anschluss schnell und ohne viel Aufwand die Audioqualität einer Aufnahme verbessern, helfen mir automatische Bearbeitungsdienste wie Auphonic weiter. Möchte ich im Anschluss machen. Möchte ich im Anschluss. Vielen Dank.